Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im VULKAN Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im VULKAN Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im VULKAN Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja die sind jetzt im VULKAN Kies und Kreis, ja Kies und Kreis, ja die sind jetzt im VULKAN Oh du, Klein Lütten, weißt du überhaupt, wo die Fischstäbchen herkommen? Fischstäbchen, ja klar, natürlich. Das sind Fischreste, die werden gepögelt und paniert. Ja, da bist du aber gedanklich auf der krummen Nussschale hergeschwommen oder was? Ja warum denn jetzt wie? Da weißt du gar nicht mehr Zeit oder wie? Ja warum? Dann gehst du in den tiefen VULKAN und da holst du dir einen ordentlichen Lava-Aal und er wird gepökelt, aber richtig hart mit 26 Newton Schlagkraftenergie wird er in die Lava-Asche geklöppelt und dann ist das nämlich richtig schön eingearbeitet und dann stiebst du einen Stock rein, aber quer von der Seite links und dann parallel zur Frontseite und dann wird er erstmal über heißem Wasser geröstet. Moment mal, das ergibt doch gar keinen Sinn. Erstens, warum sollten Fischstäbchen so teuer, so aufwendig, unterirdisch in Vulkan aus Lava-Aalmasse bestehen? Das sind die Urstäbchen, das sind nicht die modernen Stäbchen, die du dir heutzutage mal eben hier am Südsee-Restaurant reinfickst. Und deswegen sind wir hier, wir wollen Urstäbchen jagen, ja? Primitive Urstäbchen und das ist Captain Igloo hier drüben. Er ist der Original, er ist Captain Igloch. Captain Igloch, der Vulkantaucher. Der Vulkan, er macht die richtigen Aschebällchen. Ich mach dir kleine Aschebällchen. Captain Igloch, bitte sag uns den Weg, zeig uns den Weg, Igloch. Was spielen wir denn hier eigentlich? Was ist das hier für ein komischer Franzosen-Simulator? Iglo-Neuts. Iglo-Neuts? Jetzt sind wir irgendwie von Norddeutschland über einen russischen Captain nach Frankreich irgendwie, ich weiß auch nicht. Da ist alles drin. Ah, guck, er sagt, ich, ah, guck mal. Ich bin Franko-Ruski, aus dem Norden. Franko-Russana. Guck mal, hier abbauen, ich muss es abbauen. Ich hau mal drauf, doppelklöppeln. Was ist die Kohle da vorne? Guck mal, hier liegt auch Kohle. Dann nehm ich die Kohle mit. Ja, keine Ahnung, hier, zack. Oh, ich schrott mit. Dann nehm ich hier schön die Kohle mit. Oh, das gibt richtig Dickkohle, ne? Ich hab da richtig schön Nuggets rausgepeitscht. Jetzt müssen wir zum zerstörten Molodul. Zum Molodul? Ja. Was ist das hier für ein Dörfchen? Das ist doch Kreis Industry, oder? Ja, das ist so ein Roboter-Dorf. Roboter-Dorf. Kreis Industry-Dorf. Wie, jetzt, wir mobben Roboter weg? Wir müssen Roboter von der Insel vertreiben. Ja, was ist, wenn das total die netten Roboter sind? Das können doch voll die Lieben sein. Nein, das ist, die haben ja nicht mal irgendwie sensitive Gefühlsmodule. Natürlich, die haben gesagt, wir haben Gefühls-Upgrades bekommen. Version 2.0. Schmerzsensor. Wir waren friedliche Fischer. Dann töteten sie meine Eltern für Kohle. Seelenschmerz-Chip auf 400%. Die Qualen sind unermesslich. Traum hat eingeleitet. Synthetische Tränen laufen mein Gesicht runter. Schieße mit deiner Liebeskanone auf. Die wollten doch nur Beeren sammeln. Unten am Lavabrunnen. Oh, ey, aber hier ist Kupfer. Das nehme ich aber nochmal mit, oder? Wie, willst du jetzt hier nochmal einen Schwall Kupfer nehmen? Oh, guck mal, hier bist du... Oh, hier verbrennst du aber hart die Nippel, ne? Geh mal hier an den Lavabrunnen. Kann sie richtig zerlegen, damit sie nie wieder zurückkommen. Warum hast du so viel Hass gegen Roboter? Ich meine, eigentlich müssten doch Roboter deine besten Freunde sein. Oh, der ist Schwefel. Ja, nimm mit. Nee, nicht mehr, seit sie sehen können und Gefühle haben. Seitdem die Roboter Liebe empfinden, hasse ich sie. Oh, Munition ist begrenzt. Das bin ich gar nicht gewohnt aus anderen Spielen. Ich hecke normalerweise überall. Ja, was ist das hier? Keine Ahnung, hier, zack. Oh, er hat eine Kanone mitgenommen oder so. Kann ich hier nicht eigentlich auch mit meiner Hacke hier klöppeln? Guck mal hier. Zahnteile und sowas. Ahnteile? Ahnrühanteile. Ich habe den Roboter in die Zähne. Wo, 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 wo. Was ich da jetzt nicht direkt vom ersten Roboter aus der Nachbarschaft erledigen, die werden noch stärker am Ende des Tages. Warum sind die so hasserfüllt? Weil du gekommen bist und ihre Kohle weggenommen hast. Hab ich nicht. Sie haben gesagt, ja, Schwefel ist okay, aber Kohle die haben. Sag mal, wo bist denn du Lümmel? Ich lauf hier hinten rum. Ja, geil, ne? Ich werde hier gerade wirklich von den Einheimischen Kreis-Industry-Hassan angegriffen. Ich wollte nur Leben lernen. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Zack, ich habe seinen Kopf weggenommen. Hast du hier Schrott und so geerntet? Ja, ich habe schon einiges abgerippelt hier. Bitzhacke soll ich wegpacken, sagt er. Ja, hau mal weg das Ding. Ja, und jetzt nutzt man die Funktionssysteme des U-Boots, weil wir müssen nämlich jetzt erstmal... Oh, guck mal, man kann ihn looten. Wie, man kann ihn looten? Der hat eine Pumpe- und Revolver-Munition dabei. Wie, jetzt? Geht der hinten da auch, oder? Was muss man da machen? Ehe drücken, oder wie? Mit der Maustaste draufklicken. Achso, guck mal, der hat voll viel Zeug. Alter Schrapnell habe ich aus seinem Kopf gezogen. Steht denn da, was ist da eingep... Was ist das für eine Prägung in dem Schrapnel-Kreis? Das ist das Grease. Boah! Direkt abgeschaltet. Alter Headshot. Guck mal, ich habe hier Kopfteile von ihm mitgenommen. Ich habe seinen Kopf entfernt. Geh mal in den Lavabrott. Geh da mal näher ran. Als Liebespuppe. Geh da mal ne Lunge voll. Alter! Das riecht wie, wenn wir Taco-Dienstag gemacht haben in unserem U-Boot. Captain Iglosch hat wieder Kohlensuppen-Diät gemacht, eine Woche. Captain Iglosch. Captain Iglosch. Oh, komm mal hier. Oh, ein bisschen Zeug. Iglosch fand das Nude. Mein Großvater war Holländer. Mutter kam aus Tatschikistan. Wir haben uns ernährt von Kompott und Cannabis. Oh, es wird wieder so ein Let's Play, Leute. Es wird wieder so ein Let's Play. Es wird wieder so ein Let's Play. Nein, es wird total seriös. Ach, Quatsch. Also richtig seriös-mäßig unterwegs. Wir sind zwei Typen, die in einem U-Boot Vulkan-Lava-Ale jagt. Wir kriegen bald unser eigenes Stein-U-Boot. Das ist noch besser. Dann müssen wir nicht nur im Wasser spüren. Ja, Wasser ist ja auch mega out. Eben. Wasser ist ja mega out. Wer in Wasser taucht, ist halt einfach nab. Echte Profis, die tauchen in Lava. Was anderes kommt mir gar nicht auf den Schreibtisch. Ein heißer Typ in Lava. Captain Iglosch taucht jeden Tag seine Bällchen in ein bisschen Lava. Lava-Dosch. Manchmal erholtst du es den Backofen dann. Es ist Backlava. Ist eigentlich so ein Iglu-Fischstäbchen-Pfannen-Mensch? Oder sagst du, nee, eher so ein Backofen? Nee, Pfanne. Wenn dann Pfanne. Schön richtig mit Fett. Das muss triefen, das Ding. Ja, und auch schön hier so krebserregende Röstaromen. Klar, natürlich, wenn man krebslich rausschmecken kann, ist es kein echtes Fischstäbchen. Das ist ja auch nicht lecker, ne? Das ist ja auch so. So, hier an der Forschungswerkbank tacker ich was zusammen. Da habe ich so einen Forschungskern. Jetzt muss ich hier drüben hin. Du musst jetzt herstellen. Drill-Chip-Kern. Ja, ich drill-shippe. Weil ohne Kern können wir das Drill-Chip nicht bedienen. Iglosch will unsere Arbeit sehen. Iglosch, was hast du in deiner Pfeife? Sag es. Ja, Cannabis. Das ist doch allgemein bekannt. Das ist ja wegen seiner Holländer-Herkunft. Der Höllen-Holländer hier. Oh, wir haben nur noch sieben Minuten, ne? Dann kommt ein Mülkanausbruch. Dann geht es hier richtig rund. Das Cock-Drill-Chip taucht in der Nähe unseres Standorts auf. Nutzt es zu deinem Vorteil. Boah, da hinten. Alter. Ey, es ist Cock-Drill-Chip. Ja, der gute alte Cock-Drill. Steht oben. Stand oben. Ja, ja, ja. Wegen Kognitiv wahrscheinlich. Guck mal, hier betritt das Drill-Chip. Ein Kern-Schacht ist das Abgerundete. Jetzt musst du irgendwie noch flutschen. Die Roboter ist der Nachbarschaft, die aggressiv. Noch sieben Minuten. Dann spritzt der Brunnen, ne? Kann ich irgendwo sehen, wie viel AP ich noch? Oh, hier ist der Schottgang. Ich habe super wenig. Quasi tot. So, was muss ich denn machen? Hier, oder was? Frachtraum. Boah, das Drill-Chip ist richtig im Arsch. Ja, das musst du jetzt, äh, wieder herstellen. Du musst jetzt Drill-Chip übernehmen. Irgendwas habe ich gemacht. Oh, Telefon. Ja, ruhig. Geh doch mal ran. Das ist Igloch. Igloch. Was sagt der denn? Drill-Chip reparieren. Das Drill-Chip ist stark beschädigt. Wurde von einem Vokal-Ausbruch getroffen. Ist immer noch fahrfähig, aber Rumpf ist kaputt. Repariere alle zerstörten Wände und platziere einen Türrahmen. Äh, wie, what? Frachtraum. Warte mal hier, Frachtraum. Luftverschrauben nehmen. Ich habe alles genommen. Oh, was ist jetzt los? Was passiert hier? Keine Ahnung. Wir tauchen ab. Alter, what? Stell mal Ersatzwände her. Machst du das gerade? Ich bin in der Cutscene. Und jetzt? Oh mein Gott, wir sind ja voll in der fiesen Schieflage, ne? Ja, nee, wir stellen uns jetzt wieder gerade. Aber jetzt können wir nicht raus. Wir müssen hier diese Wände herstellen. Naja, hier ist ein fieses Loch. Mach mal, ich mach mal hier. Was bin ich hier? Fünf, oder wie? Ich kann oben rausgucken. Wir sind immer noch an der selben Stelle. Sind wir nicht unterirdisch? Jaja, aber hier steht ein Tilos Dingskop. Aber was muss ich hier machen? Aufgabe für Gießjob. Ersatzwand herstellen. Fünf von sechs. Da habe ich. So, und jetzt kannst du die ansetzen hier irgendwo. Hier ist dran. Ja. Mach mal hier Wände hin. Ich mache Wuhand. Munition, Komponenten. Aber wo? Oder noch? Braucht man Kupferschrauben und so für? Wie kriegt man denn Schrauben? Nach hier oben oder was? Kupferbarren. Die Decke muss noch repariert werden. Hier, Tutorial abgeschlossen. Das war's. Ich fühle mich nicht bereit, wenn ich ehrlich bin. Telefon klingelt wieder. Fast für neu. Gut gemacht, sagt der Captain Logan. Geschützturm herstellen. Je weiter du reistest, du hörst das Risiko, dass Cox versuchen, das Drillchip zu zerstören. Stell dir sicher, dass du es verteidigen kannst, indem du einen Geschützturm baust. Sobald du das Turmmodul aufgestellt ist, schießt es automatisch auf gegnerische Einheiten. Du musst aber sicherstellen, dass im Frachtraum Geschützturmmunition verfügbar ist. Okay, warte mal. Wir sind jetzt aber irgendwie... Guck mal hier, Tunnel 1. What? Äh, Werkbank, Quille, Barren. Wo ist denn hier die Barrenpresse? Ist das hier drüben? Werkzeug, Modul. Pistolen, Pumodul. Guck mal, ich mach hier gerade Schwefel an Schwarzpulver oder was? Wahrscheinlich jetzt erstmal Schwefelpulver. Ja, ich hab abgeschwefelt. So, jetzt zur Werkbank gehen und da kannst du dann... So, Schwarzpulver auch noch. Ich pulver hier hart rein. Also das ist quasi das Produktionsding hier, ne? Ja, hier kannst du Raffinerienmäßig was machen, ja. Geh mal umschauen. Hier drüben zur Werkbank, Moment. Verbrauchsmaterial, Komponente, Munition. Äh, Munition, ja. Pistolenmunition. Drillchip. So, hab ich gemacht. Modul. Ja, das ist ein Geschütztormodul. Pistolentormodul musst du jetzt herstellen. Ja, hier. Ja, wird gemacht. So. So, und jetzt kannst du das im Endeffekt in irgendeine Wand setzen. Sollen wir nicht mal wieder auftauchen? Ist doch noch gar kein... Ich weiß nicht. Gibt's aber gleiches Vulkanausbruch, da müssen wir eh abtauchen. Ja, und wo? Was ist das hier? Inventar Drillchip? Achso, guck mal hier. Ich kann das hier einfach an so ne... Soll ich's unten machen? Ich mach's hier hin. So, ist hier. Inventarplätze... Ach, Chest. Okay, und in die Chest muss dann die Revolver-Munition rein, zum Beispiel, ne? Äh... So. Wo hast du jetzt das Pistolenmodul hingemacht? Hier, in die Wand. Iglosch. Iglosch bimmelt. Aufrag abgeschlossen. Gut gemacht. Diese Seite des Drillchip wird jetzt verteidigt. Du solltest unbedingt mehr bauen, wenn das Drillchip größer wird. So, jetzt der Drillchip ist in den guten Zustand. Wir können an andere Ort fahren. Verwende das Bedienfeld und fahre zur nächsten Landestelle. Jedes Mal, wenn du irgendwo hinreisen möchtest, funktioniert es auf diese Art. Wenn das Drillchip über die erforderlichen Aufwertungen verfügt, erreichst du neue Bereiche. Pass nur auf, dass dein Ort nicht durch ein aufgetauchtes Cock-O-Droa-Irgendwas passiert wie die Erde, babe. Ja, ja, Vulkanausbruch steht kurz bevor. Wo sind wir jetzt? Okay, wie reise ich denn da hin? Äh, warte, 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 was ist das hier? In Bewegung. Wo fährst du hin? Keine Ahnung, hier zu Tunnel 2 oder nicht? Bist du an der Oberfläche gereist oder fährst du jetzt zu Tunnel 2 oder zum Hafen? Nee, Tunnel 1 fahre ich jetzt. Das ist eigentlich der Plan. Dein Geh unter Tage. Nein, wir sind wieder da. Ich wollte gerade sagen, du bist an die Oberfläche gefahren. Na, smooth. Okay, wir müssen nach unten. Aber wir sind noch im Auffahrvorgang. Ich tauche ab, oh großer Gott, wir werden dann sterben. Ich klicke unten auf Geh unter Tage einfach. Äh, gehen wir unter Tage? Geh unter Tage, habe ich geklickt. Ja, genau, und jetzt kommt diese Sequenz. Jetzt klappt er ein, ja. Er klappt. Ja, schon geil irgendwie. Schon nicht schlecht. So, und wohin jetzt aber? Wir sind jetzt gerade am Einklappen. Ja, wir fahren jetzt erstmal runter. Jetzt bleib erstmal unter Tage. Nicht, dass wir uns aus Versehen während des Vulkanausbruchs nach oben graben. Und jetzt müssen wir aber zu Tunnel 1 oder nicht? Ja, ja, aber warte doch jetzt erstmal. In 30 Sekunden des Vulkanausbruchs. Unter der Erde sind wir sicher. Ja, gleich klickst du wieder irgendwo drauf und dann fahren wir wieder hoch. Deswegen warte einfach. Okay, du bist auf dem Periscope. Alter, gleich geht's hier wohl richtig ab. Wo ist denn der Vulkan? Man kann ja im Periscope sehen. Bist du drin im Periscope? Ja, hier hinter dir ist das. Siehst du auch was? Ja, ja, nee, ich guck gerade durchs Loch. Okay, jetzt muss es hier ab. Wow. Alter, siehst du das? Boah, ja, richtiger Atompilz, ey. Uff, greifst Industries. Alter, guck mal, wie die Aschewolke angerollt kommt. Das vernichtet alles an Leben. Da war früher mal ein Baum. Der ist jetzt weg. Jetzt ist ein Kohlebarren, der da rumliegt. Okay, wir können nicht mehr raus, oder? Alter, guck dir das an. Uff, siehst du das? Nuclearer Winter. Ja, voll krass. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Alles ist tot. Ja. Müsst du jetzt unter der Erde bleiben, oder? Wir leben jetzt wie die Morlocks. Wie die Morlocks. Guck mal, verwende die Steuer bei Drillchipkessel zur Steuerung. Klicke auf einen Ort auf der Untergrundkarte zur Fortbewegung. Begib dich zum Ziel. Hier ist eine Karte. Klicke auf die Schaltfläche an die Oberfläche. Okay, wir müssen zum nächsten Symbol. Ja, aber wie reise ich denn da hin? Guck mal hier, ich kann das nicht auswählen. Wir müssen zu Tunnel 1, oder? Ja, hier. Reise zum Landeplatz. Sichere Felder. Aber ich weiß nicht, wie ich das auswähle. Ähm, okay. Überfalle ein Cockdrillchip und nehme alles nützlich aus seinen Frachtmodulen. Ja, aber Cocken können wir später. Wir müssen jetzt erstmal hier... Na gut, aber wir können es ja mit auf die Auftragsliste packen. Wir wollen wohin? Da hin. Lenkst du jetzt selbst? Ach, da kann man hier so lenken. Ich hab einfach mit der Maus auf der Karte draufgeklickt. Ah, guck mal hier, da müssen wir hin. Warte mal, ich bringe uns gerade hin. Jetzt. Geschieht irgendwas da draußen? Auftauchvorgang. Ja, ja, jetzt tauch mal auf. Kannst du eh nichts sehen gerade, wahrscheinlich. Ne. Oh, wieder richtig schön Schäpp, du. Ja, kannst du aber raus. Ist das jetzt hier wirklich sicher? Raus kannst du erst, wenn wir ausgegraben sind erst mal. Ja, ich mein aber auch so. Oder verrecken wir da? Das sehen wir dann. Ich mein, wir haben beide nicht mehr so viel HP. Gibt's irgendwo ein Pflaster? Kann ich mir irgendwo ein Pflaster holen? Ihr Captain. Iglosch. Iglosch ruft an. Gut gemacht. Du kannst jetzt nach Belieben überall hinreißen. Ah, ich gasel mich. Ah, das hat gut getan. Wie? Wo hast du dich da abgegast? Drück auf 4. Und auf 4 hast du dieses Ding und dann linke Maustaste gedrückt halten. Ach so. Ah, Kreis-Industrie-Produkt, oder? Ist doch von Tyco. Jetzt kommen wir raus, oder? Sieht aber ganz schön mies hier draußen aus. Das soll sichere Felder sein? Scheint sicher zu sein im Moment. Äh, Kohle wird klar. Baue Kohle in der Nähe der Strände ab. Wir sollen irgendein Drill-Chip überfallen hier? Kannst du hier irgendwo Kohle holen? Ah, guck mal. Was ist das denn? Geschütz? Das ist unser Geschütz. Das habe ich gerade ausgefahren. Ach, das verteidigt, während wir wechseln, oder was? Ja, ja. Damit keiner unser Drill-Chip lootet. Hast du gehört? Kohle wird ein bisschen eng. Ich bin ja schon geschossen. Hey, 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 hey. Da drüben ist so ein kleiner Beeren-Sammler. Haben die Munition? Bergmannskopf. Brauchen wir den Bergmannskopf? Keine Ahnung. Vielleicht können wir uns damit später Bergmannsklaven machen. Für Forschung können wir die benutzen. Alter, wie die Lava da oben aus dem Vulkan läuft und so. Guck mal hier, Gegenstände platzieren. Wir müssen anschein... Da kommt noch einer, ne? Alter, Schrotjunge. Ja, weil da unten ist ihr Dorf irgendwie. Er lebt noch. Ich habe keine Munition mehr. Deswegen kannst du vielleicht Munition herstellen noch. Guck mal hier, ähm... Drill-Chip. Wir bauen noch einen Konverter. Pumpe und Schredder haben wir bereits. Lass mal hier hinten zu dem gegnerischen Drill gehen. Kann man Gegenstände platzieren. Was soll ich denn hier platzieren? Ich kann mal gucken, ob ich noch Munition herstellen kann. Schredder ist drin. Hast du eine Pumpe im Inventar? Hier war die Werkbank, ne? Munition. Was brauchen wir? Revolver-Munition. Ja. Dazu brauche ich, äh... Schwarzpulver. Schwarzpulver kann ich hier herstellen. Okay, Schwarzpulver mache ich gleich mal. Erstmal einen Batzen Schwefeli. Aber dafür brauche ich auch wiederum Kohle. Wir brauchen unbedingt Kohle. Hier kannst du direkt auf den Frachtraum zugreifen. Den Bergmanns Kopf brauchen wir jetzt nicht. Der ist für Forschung. Wo kann man forschen? Haben wir irgendwie sowas wie ein Forschungsmodul oder so? Irgendwo war sowas, ja. Moment, habe ich jetzt nicht... Wo sehe ich meinen Rucksack? Ich habe doch Schwarzpulver hier. Ah, ich brauche Kupferpatronen-Hülsen. Ah, haben wir noch einen Kohle? Äh, ich habe noch einiges an Kohle. Warte mal, müssen wir Kohle in den Frachtraum packen? Warte mal, kann ich die Kohle hier droppen? Irgendwas shootet wieder auf uns. Ja, ja. Ich habe Kohle in den Frachtraum gelegt. So, warte mal, dann können wir nämlich... Sag mal, Bergmanns Kopf... Ach, nee. Hä, aber... Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Ja, hier liegt doch Kohle. Im Dings, oder? Im Frachtraum. Mit Kohle drin. Zehn Kohle. Kann ich einen nehmen nur? Kann ich das irgendwie... Nee, ne? Haben wir noch einen Bergmannskopf? Ähm... Warum fährst du jetzt? Nein, ich bin da drauf gekommen, ja. Bleiben wir oben? Bleiben wir oben? Ja. Okay. Äh, w-w-w-w-w-w-w-w-watt. Bergmannskopf. Nee, hier haben wir einen Schwer-Kopf. Na, guck mal, jetzt ist aber auch alles nicht mehr so... So stinky hier. Vielleicht ist hier einer dabei. Hier draußen liegen Leichen ohne Ende. Aber dem wird auch irgendwann die Munition ausgehen, ne? Ich hab einen Bergmannskopf hier drüben drin. Loote mal den da. Ja. Bergmannskopf? Dann nehm ich den mit. Weil, dann kann ich nämlich, äh... Forschungsstufe 1 abschließen für Raffinerie-Technologie. Wo muss denn eigentlich die Kohle rein? Muss die da unten rein, oder? Hier hab ich irgendwo ein Kohle-Symbol. Ach, die Kohle muss hier rein und der verheizt sich dann, oder wat? Baust du uns jetzt hier Munition? Gegenstand nehmen. Nee, ich hab jetzt irgendwas genommen. Aber die Folge ist eigentlich auch schon wieder quasi bald rum, ne? Lange geht das nicht mehr hier. Ja, für eine Rie-Datenstufe 1. Kann ich die auch hier? Was ist das? Was ist das? Ich hol mal Kohle hier unten am Strand. Das ist nämlich Kohle. Hau ich jetzt mal weg, damit wir da hier ein bisschen Nachschub haben. Ich werde angegriffen, ne? Ja, aber daraus, die Kanone schießt ja. Die alte Betty, die rödelt wieder. Guck mal hier, ähm... Aha, äh... Mit Linkermaus-Taste abbauen, haben wir. Aber wenn es noch 17 Minuten gibt, dann gibt es wieder einen Ausbruch. Wer hat denn noch ein bisschen Munition? Wir sollen jetzt ein anderes Schiff überfallen? Wir haben ja einen Haufen Aufträge. Ich hab jetzt erstmal Kohle hier abgebaut. Machen wir einen Haufen. Gibt es zum Erzvorkommen im Technologie dort? Gut, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Kleine Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss. Bittlö.